Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Ride Challenge und zur leider letzten Dark Ride Challenge und heute haben wir das wohlbekannte Interview vor dem richtigen Dark Ride und der liebe Random Planko ist mit dabei und ich freue mich sehr und du darfst gerne auch Hallo sagen. Hallo, ich bin auch dabei, vielleicht kennt mich der eine oder andere, ich bin auch Planet Coaster begeistert. Ja, auf jeden Fall, Random Planko, den kennen eigentlich viele, denke ich, auch bei uns in der Community, was Phantasialand Nachbau angeht, Extraklasse ist da. Random auf jeden Fall, ganz oben mit dabei. Und Hansapark auch. Hansapark auch. Hansapark auch, also das ist schon eine ganz hohe Kunst, was da gezaubert wird. Das ist schon krass. Und ja, erstens schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir dieses Interview zu führen und auch vielen Dank dafür, dass du bei unserer Dark Ride Challenge mitgemacht hast. Ja klar, sehr gerne. Das war jetzt wirklich auch der erste richtige Dark Ride, den ich je fertiggestellt habe in diesem Spiel. Aber ist ganz cool. Da habt ihr mich nochmal motiviert, was zu machen. Ja, ich habe vorher immer nur Achterbahnen oder Wasserbahnen oder sonst was. Okay. Ja. Und noch nie so einen richtigen Dark Ride. Okay, krass, weil ich hatte doch mal schon mal so eine Art Gruselbereich von dir präsentiert. Und zwar der Warmwindfarmpark oder Farmfin. Ja. Oh Gott, ich weiß nicht. Ja. Da war auch so eine Art Dark Ride dabei. Allerdings kein Fahrgeschäft, sondern wir mussten ja durchgehen. Das war so ein Walkthrough. Genau. Ja, genau. Genau, genau, genau. War doch auch ziemlich geil. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, freut mich. Ja. Ja. Wir freuen uns darüber, dass ihr sowas macht. Das ist sehr, also wir haben uns noch nie an einen Dark Ride getraut, weil, ja, keine Ahnung, ja, wir trauen uns einfach nicht. Ja, ist auch schwierig. Ist sehr schwierig, ja. Muss ich sagen. Ich finde, so ein Dark Ride muss auch ehrlich gesagt geplant sein, so ein bisschen. Entweder hat man so eine Liebe, wie jetzt zum Beispiel die Chrissy. Die liebt ja dieses Horror. Dann weiß die ganz genau, was sie machen muss. Ja. Die legt los und weiß ganz genau, wie es auszusehen hat, ne. Den Dark Ride habe ich auch schon gesehen. Der war auch echt... Der war krass, ne? Ja. Der war krass, ja. Das war echt krass. Das war schon heftig. Wir waren auch sehr, sehr begeistert. Das ist schon, ja, das ist schon ein schöner Dark Ride gewesen. Aber die anderen auch. Die anderen auch. Also wirklich... Ich bin guter Dinge, dass deiner genauso gut sein wird. Joa, ich hoffe doch. Davon gehe ich stark von aus. Und kommen wir doch zur ersten Frage. Und zwar, was ist deine Geschichte zu diesem Dark Ride? Ja, also die Geschichte habe ich auch probiert, so ein bisschen am Eingang und auch im Dark Ride selber halt zu erklären. Grob gesagt geht es aber eigentlich darum, dass man in einer Mine arbeitet oder in einem Bergwerk arbeitet. Und in diesem Bergwerk verschwinden halt immer wieder Leute auf mysteriöse Weise und keiner weiß, wo sie hin sind. Und die Arbeiter erzählen sich dann gegenseitig halt so Mythen über Monster, die die dann Knockers nennen, die dann in den Minenschächten sind und dann an die Türen klopfen von den Minenschächten. So, dass dann Leute da hinlaufen und gucken, was da los ist. Und dann verschwinden diese Leute halt. Genau. Und an sich ist das quasi als normaler Arbeitstag dargestellt. Also in der Warteschlange geht man dann auch an so einem Typen vorbei, der einem dann die Ausrüstung gibt. Und am Anfang im Dark Ride wird man dann zu einem Schacht zugeteilt, wo man dann hingehen muss. Ja, und dann fährt man so ein bisschen durch die Mine durch und vielleicht begegnet man ja auch dem einen oder anderen Monster dann, um noch nicht zu viel zu verraten. Ja, okay. Sehr, sehr schön. Schöne Geschichte. Ich freue mich schon. Wird bestimmt sehr düster auch werden, denke ich mal. Ja, es ist schon so ein bisschen aufgruselig gemacht, auf jeden Fall. Ja, okay. Super, okay. Alles klar. Und was hat dich dazu inspiriert, diesen Dark Ride so zu machen, dass du jetzt sagst, so ein Bergwerk? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich, aktuell habe ich auch noch so einen eigenen Freizeitpark am Bauen, privat so ein bisschen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich den Dark Ride einfach dann da für so einen Themenbereich baue, den ich eh schon so geplant hatte. Okay. Und da hatte ich halt auch schon so ein Minenthema grob mit einer Achterbahn gemacht. Und ja, deswegen kam das Thema dann ein bisschen daher, dass mit den Monstern kam dann irgendwie, weiß ich nicht, aus dem Nix her. Ja, Monster kann man gut im Dark Ride bauen, deswegen. Ja, das stimmt. Also das kam so nach und nach auch ein bisschen. Ja. Ach ja, cool. So, wird dieser Park noch fertig vor Release Planko 2? Das ist der Plan, ja. Echt? Also, der war mal größer geplant, als er mittlerweile ist. Ich hatte mal fünf Themenbereiche eigentlich geplant und auch schon angefangen. Ja. Zwei ganze habe ich dann jetzt aber wieder rausgelöscht, weil sonst wäre ich nicht mehr fertig geworden. Okay. Aber genau, jetzt hoffe ich, dass der eventuell noch vor dem 6. November fertig wird. Oh, okay, krass. Dass man sich den dann auch noch angucken kann. Ja, dann hoppen wir mal auf deine Parkbewerbung. Ja, und den Dark Ride muss ich dann da auch noch irgendwie reinfriemeln, dass der da noch in den Themenbereich passt. Oh ja, oh ja. Aber das schaffe ich bestimmt noch irgendwie. Ja, du kriegst das bestimmt hin. Doch, das klappt. Das klappt auf jeden Fall. Ja, ich hoffe auch. Und bist du alleine an dem Projekt dran? Ja, den Park habe ich alleine. Irgendwann mal angefangen, der hat auch eigentlich für einen Contest angefangen. Der Contest ist dann aber nie fertig geworden und dann ist da irgendwie... Oh, okay. Irgendwie irgendwann ein Park draus entstanden. Ja, genau. Okay, ja, wie es manchmal so ist, gell? Also... Ja. Und hattest du irgendwo Probleme gehabt bei jetzt hier diesem Dark Ride, wo du gesagt hast, boah, das kriege ich einfach nicht auf die Kette, ey, das nervt mich oder lief das alles wie geschmiert Brot? Ja, also schwierig fand ich tatsächlich so die Story zu erklären, weil ihr ja auch gesagt habt, dass man keine Custom-Media-Sachen benutzen kann. Ja. Weil eigentlich hätte ich das halt auch mit so einer Stimme und irgendwie einer Erzählung ein bisschen gemacht. Das ging dann ja nicht so richtig. Deswegen Storytelling habe ich halt jetzt so ein bisschen mit ein paar Schildern gemacht. Okay. Aber ja, das fand ich schwierig. Aber ansonsten, ja, so Jumpscares habe ich halt probiert, ein paar reinzubauen, wie man die dann auch irgendwie hinkriegt, dass man sich da auch, obwohl es vielleicht nur ein Spiel ist, vielleicht immerhin ein bisschen erschreckt oder so. Ja, ob das geklappt hat, muss ich dann mal gucken, bei eurer Bewertung. Aber ja, sowas umzusetzen, ist auch schwierig. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, Custom-Media war tatsächlich bei dem einen oder anderen auch so ein Thema, hätten sich auch viele gewünscht. Ja. Und ja, gut, wir wissen es für nächstes Mal Bescheid. Wenn wir dann irgendwann nochmal ein Dark-Ride-Challenge machen, dann werden wir euch noch mehr Freiheiten geben. Sehr gut. Dass ihr dann auch euer Custom-Media da einbauen könnt. Ja, also es stimmt schon, allein schon, als ich dann, Chrissy war ja die Erste und als dann die Pre-Show angefangen hat, ja, war halt ein bisschen misslungen, dass dann tatsächlich kein Custom-Media da war, weil die Pre-Show hätte man dann, glaube ich, auch sehr schön so mit Stimme geleiten können. Mit Geschichte und allem. Genau, 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 ja. Es ist, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, gut. Naja, es gibt ja auch Dark-Rides ohne richtige Geschichte. Gibt's auch. Geister-Geister-Geister-Rikscher. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Wenn es da eine gibt, verstehe ich sie zumindest nicht. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Nee. Es ist, ja, ich war schon ewig nicht mehr in der Geister-Rikscher drin. Ich meine, ich gehe gerne rein, wenn ich mal da bin, weil es halt noch so eins von den letzten Nostalgie-Punkten ist aus dem Phantasialand. Ja. Aber so richtig toll, das ist dann... Nee, natürlich nicht. Auch nicht. Ja, die Q-Line ist auch immer so ein bisschen komisch, finde ich. Man geht so da rein und man ahnt nicht, dass das so ein chinesischer Untergrund ist. Ja, das stimmt. Wenn man es nicht kennt. Nee, nee, wenn man es nicht kennt. Die Q-Line ist so ein bisschen anders angehaucht, finde ich. Das stimmt. So Dschungel-Anmosphäre. Ja, genau. Irgendwie so ganz komisch, gell. Und dann fährt man den Ride und dann denkt man, hä, woher kommen die Chinesen her? Ja. Oh man. Aber ja, so ist das Phantasialand. Ja. Auch ein anderes Thema. Ja, genau. Nächste Frage wäre, haben dir die vier Monate Bauzeit gereicht? Das ist eine witzige Frage. Okay. Also sie haben mir an sich locker gereicht. Ich habe allerdings, wie ich es so gerne tue, die Sachen wieder ein bisschen aufgeschoben. Und ja, dann habe ich gewartet, 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 habe ich es irgendwann vergessen. Dann habe ich wieder daran gedacht. Und im Endeffekt ist der Dark Ride jetzt so ungefähr in knapp einer Woche entstanden. Oh. Also, ja, die vier Monate haben mir gereicht. Das war dann auch wirklich eine Woche, wo ich, ich glaube, ich hatte wirklich acht, neun Stunden Spielzeit teilweise am Tag. Ach du lieber Gott, okay. Das war, da habe ich mich dann richtig ans Zeug gehalten, aber an sich, wenn ich früher angefangen hätte, dann hätte das auf jeden Fall gereicht. Ja. Okay. Ja, so ist das manchmal. Ja, das kennen wir ja auch. Wir haben ja auch manchmal die Sachen einfach liegen lassen und dann am letzten Drücker irgendwas gezaubert. Und dann fällt sein Nummer auf. Ja. Es ist typisch. Dann schnell. Ja, das ist ja auch, ich meine, so gern man das Spiel auch hat, ne, aber irgendwann ist auch mal gut, ne. Irgendwann braucht man auch eine Pause. Ja, ja, seitdem ich den fertig gebaut habe, habe ich jetzt auch erst mal Pause gemacht. Ja, das war auch erst mal genug mit dem Spiel. Ja, ja, ja. Ja, ich meine, das Warten hat ja langsam ein Ende. Das ist, äh, das stimmt. Das kommt immer näher. Einen Monat. Einen Monat noch und, äh, wir freuen uns schon alle. Dann geht es auch wieder richtig los. Ja, wir freuen uns schon alle. Wir hoffen natürlich das Beste. Auf jeden Fall. Ich denke mal aber trotzdem, dass es sehr gut wird, äh, der zweite Teil. Das glaube ich schon. Das, was man uns jetzt gesehen hat, sieht schon gut aus. Ja, absolut. Man hat immer was zu meckern im Nachhinein, das ist klar, aber ich denke mal, das hält sich in Grenzen diesmal. Ja, das glaube ich auch. Ähm, dann, ja, nur eine Frage unsererseits wäre dann, äh, würdest du bei der nächsten Challenge vielleicht bei uns mitmachen? Oder kommt es dir darauf an, was es ist? So, an sich würde ich erst mal sagen, ich würde mitmachen. Also, ich weiß ja jetzt noch nicht, was es ist, aber... Ja, wir auch nicht. An sich so Challenges machen eigentlich immer Spaß. Dann hat man eben eine Motivation, um an diesem Datum fertig zu werden, sodass es dann auch fertig wird und nicht einfach nur die Hälfte vom Ride, weiß ich nicht, verstaubt und stehen bleibt. Genau. Also doch, an sich, Challenges sind immer ganz cool. Ja, cool. Dann auch sich die anderen Ergebnisse anzugucken, ist eigentlich ganz cool. Genau, dann kann man sich so ein bisschen messen, ne? Ja, das natürlich auch. Das natürlich auch. Sehr gut. Hattest du, ich gehe mal nicht davon aus, aber hattest du, weil die Frage oder die Nachfrage war halt auch groß im Discord, so wie auf YouTube, dass sie sich alle so gefreut haben auf die Dark-Ride-Challenge. Und so gut wie keiner hat irgendwie Bilder mal gepostet, außer die Krise und der Sonic, der hat ja mal ein paar Fotos hochgeladen und der Rest aber nicht. Und alle haben so gefragt und hat dich das so ein bisschen nervös gemacht oder wurdest du aufgeregt, als da was geschrieben worden ist? Das, aber aufgrund dessen, weil du vorhin sagtest, ja, die letzte Woche habe ich Gas gegeben und erst mal hat dich das eigentlich nicht interessiert, was da stand. Ja, nicht so richtig, aber irgendwann habe ich mir die Bilder dann doch mal auch alle angeguckt und dann so, das sieht ja schon ganz schön gut aus. Und dann, als ich gesehen habe, ah, das Bild ist vom 1.6., ja, ich sollte mich mal ranhalten. Ja. Ja, also, doch, die Bilder sahen auch schon echt gut aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Das vom Sonic habe ich auch schon mal ein bisschen gesehen, aber auch noch nicht so ganz. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Das ist auch ein sehr schöner Dark Ride geworden. Genau, das waren ja auch die einzigen zwei, die dann Bilder schickt haben. Genau, genau, das waren die einzigen zwei, ja, genau. Ja, von den anderen Dark Rides habe ich dann auch noch gar nichts gesehen, aber lasse ich mich dann einfach mal überraschen von den Videos. Ja, die kannst du dann gerne dir anschauen und sind auf jeden Fall alle sehr, sehr toll geworden, muss man wirklich sagen. Und wir haben auch wirklich eine ganz tolle Community, da kann sich oder braucht sich keiner verstecken. Ihr habt alle was auf dem Kasten und eigentlich müsste man sich so zusammentun und einen eigenen kompletten Park bauen und jeder hat so einen 50x50 Meter Bereich. Ich glaube, das wird jeden CPU-Rechner sprengen. Ich glaube, wenn alle da loslegen und wir alles da reinknallen mit Team TK und Custom Media, das wird ein Park. Ja. Also, das wäre echt der Hammer. Vielleicht könnten wir das auch als Challenge nehmen. Wer weiß. Man weiß ja auch noch nicht so, wie die Performance so bei Teil 2 ist. Und mit dem Zusammenbauen so asynchron, wie das dann klappt. Ja, genau. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Da müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert. Genau. Ja, sehr schön. Die Fragerunde ist rum. Siehste, war ja gar nicht so schwer. Konntest du was erzählen. Ja, war doch sehr toll. Und ja, ich bin gespannt, was hier passiert. Und ich habe hier mal gesehen, du hast hier ein Szenario gemacht. Und muss ich hier Gäste reinlassen? Musst du nicht. Am liebsten sogar nicht, weil ich habe als Ride so einen Shooting Dark Ride genommen. Und wenn du den mit Gästen fährst, dann haben die so grün-blaue Pistolen in der Hand. Die sehen jetzt so schön aus. Weil die sieht man einfach auf dem On-Ride. Okay. Alles klar. Theoretisch können da auch Gäste rein, aber ja. Okay, gut. Okay, super. Ja, dann vielen Dank für das tolle Interview. Und vielen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast. Und ja, und in einer Stunde können wir dann auf YouTube hier diesen Dark Ride bei uns auf dem Kanal sehen. Und das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Also ich sage tschüss, vielen Dank Random und bis später. Macht's gut. Tschüss. Und ciao. Willkommen auf Seven Cents mit MeTaro, Rick und Bluefire. Achterbahn, Träume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Wetten. Hoch hinauf in Pläne kommt's das Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser Euphorie. Heute detto mal. Woo mutations ka same- Die Musik. madee. Versteht competente. Die Musik. fuckin tunnel.